Unreal Engine Viel zu viel Text Ein Schluck Wasser und Square Enix Do not im Tatem Don't not Don't Don't note Egal Hallo und herzlich willkommen Zu einem wunderschönen Spiel Life is Strange Und Ich hab wieder Gänsehaut Obwohl das mein zweiter Versuch ist Das Spiel anzufangen Egal Ich habe es seit Einem Dreivierteljahr In meiner Steam Liste Ich habe es mir geholt Ich fand es super Ich habe mir die erste Stunde angeguckt Und ich dachte Das spielst du mal zusammen durch Ich habe es seit dem Dreivierteljahr nicht angerührt Und deshalb Also ich habe da schon etwas drüber gesehen Und ich möchte es jetzt unbedingt mal spielen Und deshalb werden wir das Oder werde ich das spielen Spielen und gucke mir zu Oder wir werden das spielen Das klingt irgendwie so komisch Egal Es ist auf jeden Fall Was ich gesehen habe Ein wunderschönes Spiel Und deshalb Dachte ich mir Wieso nicht Und was noch so vielleicht dran ist Ich möchte das Spiel Normalerweise spiele ich immer den freundlichen Hahn aus der Nachbarschaft Ich versuche es diesmal nicht so freundlich zu spielen Mal gucken ob das mir gelingt Das Spiel Begut auf Entscheidungen des Spielers Das Konsequenzen für die Zukunft hat Und die Frau schwebt über dem Boden Das Mädchen Sieht auf jeden Fall schon Sehr geil aus Ja Lighthouse Schön Die will einen nicht direkt angucken oder Ach doch Egal Also vom Grafikstil finde ich das schon ziemlich geil Ja Das sieht 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 ein bisschen aus wie hier Brothers Obwohl es Bisschen mehr detaillierter ist Aber egal Oh shit Das Ding sieht gar nicht gut aus Ich glaube Sag mal Na Max Hey Wir sollten mal zum Turm gehen Ja Genau Ganz genau Das war so surreal Film Little pieces of time But he could be talking about photography As he likely was Okay I'm in class Everything's cool I'm okay From light To shadow From color To cure Skiru Now Can you give me an example Of a photographer Who perfectly captured The human condition I didn't fall asleep And That sure didn't feel like a dream Weird Diane Arbus There you go Victoria Why Arbus Because of her images Of hopeless faces You feel like totally haunted By the eyes of those Sad mothers and children She saw humanity As tortured right And frankly It's bullshit Shh Keep that to yourself Seriously though Look at this crap How can I show this To Mr. Jefferson I can hear the class Laughing at me now Okay I could frame any one of you In a dark corner And capture you In a moment of desperation And any one of you Would do that Halloween Is that too easy Too obvious So the journal Pencil case I can't believe I still have His Pencil case I should upgrade to the 21st century Oh yeah I like it old school I haven't kept up with my journal As much as I should If anybody else looked at this What would they think Oh Yeah das hab ich Äh Schon mal gelesen Deshalb Könnt ihr hier Einmal durchgucken Und Auf Pause drücken Falls ihr es lesen möchtet Ich weiß nicht ob ich das So weiter Mache Dass ich das immer wieder so Einmal durchgehen lassen kann Ich meine ich hätte es schon Mal gelesen Und zwar geht es um Den Prolog Wieso Das linkt noch zu 3 von Unterricht hat Gut dann Schöne 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 Ich glaube Max hat What you kids call A Selfie A dumb word For a wonderful Photographic tradition And Max Has a gift Of course Of course As you all know die Gave birth to the first self-portraits mich you're asking me let me think you either know this or not max is there anybody here who knows their stuff louis de guerre was a french painter who created daguerreotypes a process to give portraits a sharp reflective style like a mirror now you're totally stuck in the retro zone sad face very good Victoria said for the hearing process brought up fine details of making them extremely popular from the 1800s onward the first American daguerreotypes self portrait was done by Robert Cornelius you can find out all about him in your textbook or even online guys don't forget the deadline to submit a photo in the everyday heroes contest I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be fedded by the art world it's great exposure and it can kickstart a career in photography so Stella and Melissa get it together Taylor don't hide I'm still waiting for your entry too and yes max I see you pretending not to see okay also so nice a notebook I can't believe she made fun of me in class what is she 15 years old haha of course Victoria has to have the bestest newest most expensive everything oh das ist dann scheinbar so'n reichen girl I should have known she'll have better equipment than blackwell oh yeah yeah warte mal naja also wenn man für 5000 euro 5000 dollar in camera kauft dann sollte man auch nicht nur jpeg fotografieren können ne Victoria du du hast zwar viel geld aber von computern hast du keine ahnung oh ja das sieht nach photoshop aus oder ähnlichem was ist denn mit kate gucken wir mal erst mal hier dran natürlich kate looks so sad and quiet today poor thing oh sprechen wir mal mit ihr oh hi max kate I hope I didn't embarrass you with my lame answer it sucks to be dragged into the spotlight unless you're Victoria she's got nothing on you max well I should get going yeah me too talk to you later sure guck mal irgendwo anders hin ne was haben wir denn hier noch so picture you can never escape the lighthouse here stimmt ist denn hier mr. jefferson is not messing around with that monster he probably paid 20 grand for that camera I bet he gets pristine digital images but I still dig my little instant camera 20 grand 20.000 even in pictures the forest around here always looks mysterious ja das tut er man he even has the best plasma hg tv for a class monitor can't wait to watch some more documentary on this bad boy oh ja egal wir gehen mal mit mr. jefferson excuse me mr. jefferson can I talk to you for a moment yes excuse you no victoria excuse us I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture and if did have I I do have to do I have to I just don't think it's that big a deal max you're a better photographer than a liar now I know it's a drag to hear some old dude lecture you but life won't wait for you to play catch-up you're young the world is yours blah 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 right but you do have a gift you have the fever to take images to frame the world only the way you envision it now all you need is the courage to share your gift with others that's what separates the artist from the amateur okay du kommst ganz zum schluss ah every time I look at victoria I feel like she's talking smack about me gut dann hauen wir einfach mal ab okay hey hi 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 hi